ein wunderschönen guten morgen oder malzeit willkommen zur nächsten folge von transport fieber 2 heute wollte ich ja wie gesagt den bahnhof ausbauen also vergrößern jedenfalls schon mal strecken netzsätze hier hoch schon mal ein bisschen verbessern weil wir ja auch schon mehr also wir haben jetzt schon die schnelle dinge das hat leider jetzt mal hier nicht geklappt weil ich vor hatte deswegen müssen wir jetzt gegebenenfalls im bahnhof abreißen um mal auch später mal rauszufinden gerade wo viel den bahnhof ausbauen kann aufpassen weil hier unten auch mal gebäude kopfbahn und sagen wir mal dennoch 6 high speed noch mal den ganzen spaß hier deswegen der bushaltestelle auch ein bisschen zu passen gut die noch gleich ein bisschen weiter draußen lassen weil ich hatte letztes mal das problem gehabt dass der irgendwie mit der verbindung hier das nicht gemacht hat ja so mal schauen hier mal schauen hier hier will man das nicht machen weil wir haben jetzt immer eine gläse die nach unten von wie sehe ich wie die heisst die stelle nochmal hier ne bellen oder fall fällt kommt so wie einer aus grusow Da müssen wir hier oben hoch nochmal Stimmstiel Aber wir brauchen jetzt eine Länge hoch Da haben wir das schon mal geschafft Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier die Gleis mindestens mitte anschließen Weil da soll ja später dann noch auch noch im Zug rüberfahren So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier zwei kriegen So Ein komischer Bogen Oh, das stört nicht Ziehen wir den mal lang hier Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier zum Pass So 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 Das müssen wir hier beim Bahnhof auch noch ins hinstellen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da eine Lok drauf haben. Jetzt muss man aufpassen, dass die Lok hier nicht eingreisig wird oder sowas. Sonst macht sie das total schwierig. So, haben wir den schon mal geschafft. Dann müssen wir den jetzt hier auch noch angeln. Wir sind jetzt bloß nicht froh am besten. Weil wir haben ja wie gesagt noch den Zwischengleis, was hier rüberkommt. Ja, das war das Problem. Das war's für heute. Also noch pute die Ballen. so und dann nehmt ihr ja schon mal gestalt an mit der kurve da 90 da das ist ein bisschen wenn er später hochgeschwindigkeitszüge fahren wollen dann sollte da schon ein bisschen war mehr kammer so hat er eine brücke hier klappt nicht da muss man wahrscheinlich das gleis nachher nochmals vertiefen ja 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 so und dann hat er ja auch schon wie weit ist das signal entfernt so wir müssen das jetzt irgendwie noch ein wenig vertiefen hier ja 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 aber ja 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 das ja weil er schon doch hoch geht das stimmt tt 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 noch ein bisschen tief lassen Wie bitte? Du bist mehr da, oder? Oh, wie das, oder? Posso nicht, oder? Aber δεν kann es nicht? anschließen und wer sehr ziemlich guten pfeil gut dann ist das halt jetzt mal muss ja den durchrutsch weg ohne berechnung zu weichen aber es wird ja nie passieren hier so haben wir das eigentlich geschafft soweit ja 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 dann müssen wir jetzt ich gehe auf gleich 3 und jetzt wird mir noch gleich 5 keine probleme mehr aber ja starten sollte er jetzt so weit alles okay die station für so einen Teufel Warte mal. Warte mal. Jetzt können. Kannst du auch die Kaser-Type holen. Die Hülle. Das ist ein russischer Schatz. Ich habe die Kaser-Type. Das war's für heute. Ich bin hier. Hier. Ich bin hier. Ja, die Musik selber. Ich habe den... ... was er denn? ... was er denn? ... wasser... Mensch! ... das ist ein Marino, okay ... und dann... Hammer. Oh, da würde ich jetzt mal ein bisschen weit weggehen. Was politiert der denn? Nice. Okay. Oh, jetzt würde ich jetzt mal alles hier verschwinden. Oh ja. Okay. Okay. Mach ich aber jetzt gerade. Fett Minus. So, ganz schön ordentlich gekostet. Oh, dann haben wir wenigstens schon mal ein paar mehr Strasse gesehen. Oh, das geht uns schon schon bei mir. Hi. 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 Aber die Stadt wächst schon mal, das ist schon mal die Gute, das ist die positive. Die Straße habe ich selber hier geholfen. Jetzt werden sich jetzt mal die Leute wieder ansiedeln hier. Jetzt wird mit der Straße geflätten, aber auch noch nicht. Das muss man so vergrößern. So, das ist gut. Also, die Gute. Jetzt gehen wir mit der Straße durch. Jetzt gehen wir mal drücken. Jetzt gehen wir mal drücken. Jetzt gehen wir mit der Straße. Die Straße wird mit der Straße durch. Jetzt müssen die Straße wieder anfangen. Das sieht doch toll aus Sohlenbohne nur da anders zu essen Abdecken tut ja wohl nicht alles Sohlenbohne hier Sohlenbohne 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 Stimmt ja Jetzt Ich würde ihn machen Warte mal noch mal auf Hause Schade, kann man den Bahnhof verschieben? Das wäre cool Reiße Wicke Wicke Ich muss erst mal aktualisieren Dass ich das bauen kann Hä? Warum geht der das jetzt sinnig? Warum ist das bei uns nicht möglich? Wicke nehmen wir das? Das ist aber möglich Dann machen wir mal jetzt den Bahnhof hier Ja 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 Übertreib mal nicht Ah der hat sich jetzt ganz anders der Bahnhof Auch schon verändert Kollision Oh ja ja Oh ja ja YOU这 so wo 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 Oh No No, no, no no Ok Lismo ah jetzt wollen wir uns mal was rein ist ja nicht ist nicht schlimm kommt ja wieder rum so ne aber 95 ist ungewöhnlich, oder? schon oh ja 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 Das war der Fall. Ja. Ja. Ich habe das auch schon geschafft. Ich wollte jetzt hier noch einen Bus bauen. Jetzt machen wir nochmal den Formputter Bus raus. So. Oder vier. Vier. So. Wurde schon stimmen. So. 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 Jetzt erstmal ein bisschen Minus. Jetzt muss ich das erstmal alles wieder ein bisschen ordnen. So. 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 Ich sollte mir erstmal mal die Verbindung. dann. So. 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 Gehen die durch! Ich bin der Busbrunnen hier hochgekommen Ich wollte die mal Neue Jetzt habe ich jetzt angebildete Fahrzeuge Warte um die Fahrzeuge zu finden So, nehmen wir den Fuso Ich habe jetzt noch ein paar Jahre Ich habe wieder auf der Kiste Die Bedeutung Ich habe die Bedeutung Ich habe die Dachseinsen Ich habe die Dachseinsen Ich habe die Dachseinsenen Ich habe die Dachseinsenen Sollten ja eigentlich jetzt mehr unterwegs sein. Achso, hier bin ich nicht da jetzt. Wow. Hier auch mal. muss ich das jetzt verstehen hier verstehen muss ich das jetzt hier nicht aber ist da noch Minus oder noch? ja auch noch mal Minus vielen Dank. Was ist das jetzt hier? Muss ich das jetzt verstehen? Verstehen muss ich das jetzt hier nicht. Verstehen muss ich das hier nicht. Wer macht das hier im Vorhanden? Kann ich das Radar nicht ersetzen, weil ich keine Kohle habe. Jetzt stehen die aber wieder hier. Ich habe mich mehr als Gute. Ich habe mich mehr als Gute. Ich habe mich auch mehr als Gute. Ich habe mich mehr als Gute. Was war ich denn? Ich habe mich nicht mehr als Gute. Ich habe mich nicht mehr als Gute. Ich habe mich mehr als Gute. Ich habe mich glücklich. Das ist jetzt auch lustig. Ah, jetzt hat der noch ein Fahrzeug getroffen. Ja, und da kommt dann das Problem, wenn Fahrzeuge draufstehen. Und da tunnen wir das. Oh, fett, ey. Oh, wasser? Die Busse helfen müssen, ne? So, jetzt ist die Rohrscheißer aus, jetzt hier. Gut, dann war es das erstmal für die Runde. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Könnt mich auch gerne abonnieren. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, ne? Ja, dann bis bald, euer Black Royale 1000. the you you Vielen Dank.